So, jetzt mach ich noch den Sunny kalt. Los jetzt, wir müssen den Gefängnisbus holen. Auf geht's. Okay, ihr müsst sich die verkulten Leichen. Der hat sich hier im Gebüsch versteckt. Hä? Wo ist denn der Bus? Da oben. Gib Gas! Die kommen uns entgegen. Warum kann ich jetzt keine Waffen machen? Wie soll ich jetzt noch mitnehmen, du fette Sau? Ja, dann halt nicht. Uh, die macht aber ordentlich Bananen. Die hat 100 Schiss. Kommt hier drüben irgendwo auf den Highway. So, wo bleibt du denn? Oh, das ist noch ein Stück. Können wir noch ein Stück fahren? Ach, soll es nicht das Motorrad umtreten? Dann soll es aufsteigen. Oh, Pissy mit deinem Golfkart. Oh, hier ist ein Tunnel. Wie weit ist denn der noch weg? Oh, hier ist ein Tunnel. Wie weit ist denn der noch weg? Na ja, da kommt der Klei. Schon mal bewaffnen? So. Ich höre schon die Sirenen. Ach, das bist du! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich dachte das sind die Cops bei dem Bus. Ha, ha, ha. da ist er der fahrer ist da nein da fahrt mich da einfach mal über den haufen so ich sag mal dafür dass die npcs mithelfen das er wird mit die leiche auswerfen kann ich nicht verwaffnete nachdem ich bin ich habe der bude ich bin gar nicht ich habe die jungs alle bewaffnet die machen mit Gibt's dir schon Gas? Nein, das ist ja Wind, weil's bergab geht. Ich finde das Gaspedal nicht. Weil die eine Tür geht schon wieder nicht mehr auf. Sag mal. Den hinter uns denkst du, ich treffe den mal? Beifahrer ist schon mal down, fahr auf. Juhu, die haben Party da hinten, Alter. Warum fährst du eigentlich? Oh, ne. 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 Der Clearwender 6 Ich kann das auch gut Junge, Junge, Junge Junge Der ist der Party-Bus Uff, der war immer über der Leitblasge geworden Jaaaaa woh 핑 ihre Joooo Sau fakt ist er so nur weil ihr das alles in knast können das ganz vergessen fluchen die bei dir oder was ja ja die erzählen die ganze zeit irgendwas ja bei mir nicht wenn wir sagen die nicht die glauben die ganze zeit das habe ich doch gehört ausgestiegen auto gedreht feuer frei sport frei so nah kann ich nicht schießen hier ein crack labor die städt das macht ihr er macht immer kalt hier die zeugen geht nicht bis zu nah fack dut dut das war ja ein gefängnisbus aber hier kommt keiner der uns sucht nicht immer rutschrauber ja obwohl wir drei sterne haben wenn das auch ein bisschen komisch ist er bloß ein gestohlener erfängnisbus nur wollen wir dann den schrauber abschießen mit dem schrauber ja die die steigen dann in unbewaffnete barwasser fliegen weg wenn man sie dann abschießen nein ich schieß meinen ab mal gucken was da passiert das letzte mal bin ich hier gefahren habe ich dann einfach irgendwann die kopf verlor ja ja komplett verhandlungslevel ist da sinnlos ist ja noch über einen kilometer hin auf das ist wirklich dahingestellt steuer auf uns hohohoho das ist gut gelöst oder irgendwie werden wir die kopf diesmal nicht los der war tot wir müssen gleich wechseln jesus fucking christ ja versenken noch hier ist doch kein wasser jungen bestand den 23.000 einwandfrei warum habe ich dann jetzt bullen am hals alle tot da rechts kommt irgendwas also was wollen die jetzt hier oh gott was ist jetzt hier los der sitzt immer noch in seinem hubschrauber hier links rechts sitzt einer aber wir können nicht einsteigen kacke bin tot ja 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 ja